Das Wochenende steht wie immer vor der Tür und dann bin ich auch wieder am Start. Einen schönen Freitagabend wünsche ich euch und herzlich willkommen zu Unicorn. Heute nochmal ein Stiletto Video, jawohl. Ich habe zwar schon mal eins gemacht, aber viele haben geschrieben und mir Nachrichten geschickt, dass das Ganze zu kurz ist. Deshalb werden wir das Ganze heute nochmal neu machen und das Ganze auch in doppelter Länge. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. So einen langen Nagel habe ich persönlich noch nicht gemacht. Wir werden eine doppelte Schablonenlänge machen und das Ganze mit Gel. Wahrscheinlich ist es auch besser, so etwas mit Acryl zu machen. Das werden wir vielleicht auch nochmal durchgehen. Aber wie gesagt, heute mit Gel möchte ich das Ganze einmal versuchen, ob das überhaupt möglich ist, so etwas zu machen. Und ja, lasst uns doch einfach mal mit der Modellage starten. So, der extra lange Stiletto. Ich fange jetzt erstmal an, die Schablone vorzubereiten oder die Schablonen werden ja zwei. Ja, erstmal abmache von der Trägerfolie. Dann klebe ich mir, ja ich klebe mir einen schon mal hier hin. Und die andere, die mache ich hier drauf. Den lege ich mir mal zur Seite, vielleicht brauche ich den leider mal. So, ich schneide mir die hier mal ab. Ich glaube, die brauche ich nicht. Und dann gucke ich mal, dass ich mir die hier möglichst gleich aufeinander klebe. Und dann gucke ich mal, also der Nagel ist schon mal vorbereitet. Wer nicht weiß, wie ein Nagel richtig vorbereiten geht, in dieses Video reinschauen. Und dann gucke ich mal, wie der sitzt, die Schablone. Ja, das sieht gut aus. Brauche ich auf jeden Fall nicht einschneiden, weil der Nagel noch lang genug ist. Aber ich werde jetzt schon mal die Schablone zusammendrücken, damit die perfekt sitzt. So. Und dann kommt die unteren Nagel. Also bei so einer Länge müsst ihr natürlich wirklich drauf achten, dass ihr die Schablone vernünftig sitzen habt. Und dass die, dass der Tunnel vernünftig ausgeprägt ist. Ich würde die Schablone vorne auch ganz zusammendrücken. Ja, und dann werden wir das Ganze bis hierhin verlängern. Ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Auf jeden Fall erstmal ein Primer drauf. Ganz wichtig, nehme ich hier mal den Ultra Bond Double Tape, damit es auch wirklich bombastisch hält. Das Ganze lasse ich kurz einziehen und dann kommt auch direkt das Haftgel drauf. So, dann nehme ich auch das von Fingerspitzengefühl, habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. So, und dann schmeiße ich erstmal das Haftgel auf den Nagel drauf. Vorsicht, nicht an die Haut kommen. Wie immer, ihr kennt das ja schon aus meinen Videos. Und dann kann das erstmal in die Lampe rein zum kompletten Aushärten. Ungefähr 120 Sekunden. So, da es hier oben ziemlich warm ist, ist das Gel natürlich auch ein bisschen flüssiger. Also wird es auch wieder ein bisschen schwieriger, das Ganze zu modellieren. Auch wenn das, was ich jetzt hier benutze, dieses Fieber Naturpink, eigentlich relativ stark ist, also nicht so schnell verläuft, wird es jetzt wahrscheinlich relativ flüssig sein. Ja, wie gesagt, durch die Wärme. Ich würde euch bei so einer Temperatur am besten so einen kleinen Kühlschrank empfehlen, wo ihr die Sachen reinstellen könnt und schon mal so ein bisschen vorkühlen könnt, damit die halt nicht so flüssig sind. So, dann erstmal den Naturnagel einschmieren. Und dann einmal den Nagel modellieren. Ich hoffe, das Gel reicht, was ich hier habe. Auf jeden Fall versuche ich jetzt schon mal die Form hinzukriegen, wenn ich gleich nicht so viel feilen muss. So, da das Gel jetzt anfängt, in die Rände reinzulaufen, drehen wir das Ganze einmal um. Drehen wir um. Genau. Wir lassen jetzt die Schwerkraft ein bisschen für uns arbeiten, damit das Gel wieder so ein bisschen nach unten läuft. So, da wir das pinchen wollen, kommt das jetzt für 20 Sekunden in der Lampe rein. Zählst du mit? Nein. Nein? Okay, dann müssen wir schätzen. So, dann knüppeln wir das Ganze hier mal ab. Hei, da geht's gar nicht. Ja, okay. Ziehst du es jetzt noch länger, oder? Ich versuch's nicht länger zu ziehen, meine Fritz. Was willst du mir damit sagen? Ja. Da ist er schon mal. Da habe ich die Klemme gar nicht. Ich hätte dich gerne so zur Hochzeit. Alle. Alle. Dann kannst du mich aber auch füttern. Ja, auf jeden Fall sehr interessant dieser Nagel, kann man viel mit anfangen, in der Nase bohren. Dann musst du aber aufpassen. Ja, überleg mal, du stolperst dabei. Halt doch weg. Ja. Zeig mal. Na, Nonse, please. So, da ist er. Gar nicht mal so schön. Gar nicht mal so schön. Passt er denn aufs Bild? Ja, so gerade. So, jetzt geht's los mit dem Aufbau. Bin schon mit Schwitzen an, oder? Bei der Längere. Ich weiß gar nicht, wie viele Schichten da jetzt drauf kommen. Wahrscheinlich 50. Ja, los geht's. Das ist halt Rafa. Wäre angebracht. Du weißt, wir müssen morgen wieder arbeiten, ne? Ich glaube, ich mache das hier in der Klappe. Nein, oder? Schafft euch auf jeden Fall eine große Lampe an für sowas. Ja, wer steht eigentlich auf sowas von euch? Schreibt's doch mal in die Kommentare, wer sowas geil findet. Ihr dürft euch auch trauen. Ihr dürft euch auch trauen, genau. Auf einen Rübenstrahlgebeet. Trink mal. Oh. Bin ich vorhin angeeckt. Na, sowas. Guck mal, da steigt ja schon mehr. So, ich bin jetzt einmal durch mit dreimal Aufbaugel drauf gemacht. Einmal komplett quasi. Und jetzt versuche ich noch den Apex ein bisschen auszuarbeiten. Das heißt, ich schmier in der Mitte nochmal was drauf. Und gucke, dass ich das vernünftig verteilt kriege. Wie auch immer. So, da der Apex hier ungefähr sitzen sollte, gucke ich mal, dass ich das jetzt von hier auslaufen lasse. So ungefähr. Die müssen wir auch auf jeden Fall gleich mal andersrum halten, damit die Schwerkraft wieder ein bisschen für uns arbeitet. Ja, genau so. Immer schön gerade nach unten halten, nicht, dass das Gelb irgendwie zur Seite läuft oder so. Ich würde am liebsten die Lampe andersrum drehen und dann den Nagel so da rein halten. Das wäre eigentlich am schlauesten. Dann brauchst du nur eine Konstruktion, wo du das Ding dranhängst. Ja. Gibt es eigentlich Lampen, die andersrum sind? Wisst ihr das? Wenn ja, gerne mal in die Kommentare schreiben. Na, das wäre echt geil, ne? Du hast doch hier noch ein paar Lego-Sachen. Oh, drehen wir um. Ich würde es rein damit. So, ausgehärtet ist das Ganze schon mal. Das finde ich gut. Und jetzt kommt das Schlimmste von allem und zwar die Feilarbeit. Ich zeige es euch mal von der Seite, wie er jetzt von der Seite aussieht. Hier ist die dickste Stelle und dann läuft es nach vorne aus. Hier ist noch so eine kleine Kohle, aber die werde ich wohl mit Feilen rauskriegen, schätze ich jetzt einfach mal. Und ja, dann cleanern wir das Ganze mal ab. Mein Nagel kippt auch schon ein bisschen nach vorne. Weil es so schwer ist, oder was? Okay. Ich kann hier ja so Zacken reinmachen, dann kannst du auch Gemüse sägen und so. Das ist nur für meinen Salat. Ja, super. Das war schon. Wenn ihr sowas langes faltet, auf jeden Fall die Pfeile komplett flach auf den Nagel legen und dann entlang gehen. Damit ihr schon eine schöne Oberfläche kriegt und keine Huckel drin habt. Und dann kommt es auf die Pfeile. Und dann kommt es auf die Pfeile. Jetzt versuche ich so langsam mal die Spitze rein zu feilen, damit das Ding auch wirklich schön spitz wird. Vier bis sechs Wochen später. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Ganze ist wahrscheinlich leichter mit Acryl zu machen, weil man kann halt mehr Material auftragen, ohne dass es wirklich verläuft. Das ist bei Gel natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir kriegen das schon hin. Geht schon alles dann in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ich glaube, ich brauche gleich eine neue Pfeile. Ich halte immer mal was Dunkles unter den Nagel, um zu sehen, ob ich noch irgendwo in der Form was machen muss, weil mit einem hellen Hintergrund sieht man es immer so sehr schlecht. Und dann müssten wir eigentlich fast fertig sein. Ja, was machen wir denn schönes drauf? Ja, Glitzersteine, weiß, richtig russisch. Weiß? Weiß mit Schneeflocken und schwarzen. So ein pink nehmen oder irgendwie so? Das ist mir egal, es wird nicht hübscher. Es ist egal, was du drauf schmeißt. Es wird nicht hübscher. Sag doch mal was. Was ist richtig kalt? Was ist denn hier mit diesem Goldglitzer? Das haben wir noch gar nicht richtig genommen. Das hier? Ja. Das können wir nehmen. Wir können auch... Was haben wir noch nicht genommen? Schwarzglitzer haben wir auch noch nicht genommen. Nein. Haben wir nicht nur Sockeputz? Nee, Sockeputz passt dazu nicht. Wir haben noch einen Haufen Stein und diese lustigen Perlen. Ja, geil! Aber das ist doch noch mehr Arbeit, das abzufallen. Schmähne die Kacke da drauf. Dann ist die Flasche leer. Dann hat sie wieder ein bisschen Platz. So, jetzt lackieren wir das Ganze auch noch. Mit Gülden, damit es so richtig pornös wird. Ja, nee. Schön. Gar nicht mal so geil. Über so Glitzerversiegelungen mit so großen Partikeln drin, solltet ihr nochmal mit dem Buffer drüber gehen. Weil manchmal stehen die so ein bisschen ab und dann habt ihr da so wie eine scharfe Kante. Und mit so einem Buffer könnt ihr das dann nochmal ein bisschen ausgleichen. Und dann einfach nochmal mit einer Versiegelung drüber. Und dann seid ihr fertig. So, jetzt machen wir noch schnell ein paar Fotos und ein paar Videos davon. Und dann kommt das Ganze wieder ab. So, wie gewonnen so auch zerronnen. Oder wie sagt man das? Wie gewonnen so auch zerronnen. Wir machen das Ganze jetzt wieder ab. Wir machen das Ganze drüber. So, jetzt kommt jetzt noch ein bisschen hinzu. Aber dann kommt das Ganze wieder. Ich fange die Welt auf. Ich bin in eine Sister. Also, da ist die Welt, so sehr schön. So, als wenn nie was gewesen wäre. Ja, das war es ja jetzt eigentlich schon mit dem Stiletto. Wichtig, wenn ihr sowas mal aus Spaß zu Hause nachmachen wollt, macht nicht, also wenn ihr es wieder abfräst, macht nicht alles ab, lasst ein bisschen Gel drauf, weil das ist eine ganz schöne Strapaze für den Nagel, vor allem auch so lange Nägel. Wie gesagt, lasst ein bisschen Gel drauf, falten nicht alles ab und dann könnt ihr wieder ganz normal was Neues drauf machen. Scheiß, Sivan, dann ist das ein langer Nagel geworden. Ja, super, um sich damit in der Nase zu bohren oder am Rücken zu kratzen oder dem Partner zu drohen, dass er keine Scheiße baut. Ja, das Video ist jetzt quasi fast schon zu Ende. Das Endergebnis wird es gleich im Outro geben. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer bleibt sauber, macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Scherenteil liken, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.